St und dann bist du eigentlich egal die GERU also dadurch die GURU ARMY mh sehr gut also ähm wir sind halt oben warum auch immer egal oder einfach stehen bleiben schöne Plätzchen und ähm aiming of the city die Euro er wurde gesagt hat er schon mal von der Beziehung gewünscht haben Prozent loben ist dann halt er war er war auch nach vorne kommen er ist immer noch hier also ich würde darauf bleiben dann was wir gegen die Zähne ob der Landtag der Burg vor mir ich habe auch nicht so auch besser ins Weitere gestoppt die Werbung des Fußes gegen den Busch als er einen guten Platz naja Lust soll ich zu dir kommen ich weiß es nicht, die können halt auch von der Seite kommen, wenn wir dann nicht so praktisch wir haben die halt nicht abgedeckt welche Seite abendet das soll ich so war noch vor ja das neue Zeichen auch 10 Minuten näher und 15 oben stehen 15 der 30 st wir haben trotzdem 15 eingestellt ja gut kommt unser tag die gerne nicht schlecht ist und lobt der hat mal schauen ob du nicht vielleicht das ja ob die beiden Wurschen ist in die Richtung schaut das wir uns nicht von der Seite überraschen können das war ja Team Chat Fragezeichen ja auf der Map ach so Alex siehst du das? ja ich sitze neben mir ist deswegen deswegen geht ja auch sein internet wieder ich bin ja nicht falsch irgendwie total langsamer upload ich weiß nicht warum alle költen weil er die Monten auch geladen ja der Länge ich würde um 10 Minuten losgehen da auch hier bei mir auf die Falle da auch meine Zeit andere vielleicht ist auch nur einer ich würde man nicht gleich großer Raum um einen in der Handlung es ist es zu einer die Stadt immer wieder die Minimik an ja oder sind ein Beispiel und schafft ihr was die Matilda vor der Kasse sogar mit hiebschen ja aber wir müssen nicht vorhanden ich bin da ist ich hätte wenn ich mal hinter den Sitzenden wo was bei und mit das sind alle das nur also ich sehe nur zwei Hetzel weg weg jetzt soll das ein Hit sein das war mit Heat wir könnten vorrücken ja einfach alle drei Ketten durch die Mitte oder warte ich guck mal kurz ob da hinten noch einer ist Flo du fährst da mit ich nehm die andere Lane falls der sich was dabei gedacht hat ich wechsle auch auf HE gehst du durch Mittag oder wie? ne ich geh auf die Seiten Lane falls die gedacht haben sie wären ganz schlau du bist schnell genug wieder zurück falls du dumm und weise ich jetzt der Geschwindigkeit weil durch die eine von uns geht Käpten dann drücke ich auf die andere Leine ich werde nicht weit weg fahren also ich kann verteidigen okay ja wir können auch sagen wir gehen einfach alle drei Ketten dann könnte er auf jeden Fall schneller da wer waren ja aber bei der Erkenntnis der Schmerzen ja stimmt ich habe kein Schuss hier auch ja es lief in Deutschland ja es ist auch das gut abhängig er gut abhängig ist weil es irgendwann wo ich nicht weit wurde das ist die Sporte also ich bin der Ort mit 10 9 immer er hat lebt das war er ist nicht weiter er ist nicht weiter wenn wir noch nicht er bin gekettet Gut lieb das Glas Ja man Ja gut